Willkommen zurück meine lieben Freunde, ich bin´s euer lieber Odo und wir sind zurück bei Sam & Max, hey hey. Das letzte Mal haben wir schon zwei von den vier Totems bearbeitet. Ich nehme an, dass wir heute die letzten zwei schaffen, denn zwischen den zwei Folgen habe ich ein wenig geschummelt und mir angeschaut, wie man den Kork mehr rauskriegt und tatsächlich habe ich mich dann ziemlich geärgert, dass ich nicht selber drauf gekommen bin. Wir haben nämlich schon versucht, dieses Ding mit dem dazukommen. Ich glaube nicht, dass das Eispick den Kork entfernt wird. Da er hier nicht sagt, dass man das nicht zusammengeben kann, nehme ich an, dass es hätte ich eigentlich wissen müssen, dass es irgendwas damit zu tun hat. Das heißt, dass wir dieses Ding noch verändern müssen und es gibt einen Ort, wo wir das verändern können. Ihr wisst es sicher noch alle. Wir fahren zum Bauch. Yes. Und wir werden uns dort den Eispickl niederlassen. Und danach sollte es kein Problem sein. Wir wollen uns dort zeigen diesen Eispickl nieder. Can you bend this? Sure. Just let me finish this one. Let's see. Hm... Wie ist das? Great! Das scheint, dass du den Kork ausgetauscht hast. Kannst du das Toast geben, um dich zu diesem Omnibus zu treffen? Für dieses Poison? Jungs, nicht schuldig! Okay, das heißt wir haben... Das scheint, den Schneeglobe zu haben. Ah, ja. Wir sind einfach gut. Wir sind so. Das bedeutet... Zurück zum Vortex. Nicht jetzt. Überall sonst müssen wir reingehen oder das müssen wir usen? Hm? Hm... 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 Und ähm... Das habe ich zwar nicht nachgeschaut, aber ich denke es könnte der Grunas sein. Wir können ja den Bumpers aus dem Tiefkühler holen. Vielleicht nehmen wir den statt den Bruno, das wir zurückbringen. Ich kann mir das gut vorstellen, dass wir das machen müssen. Die Musik hier macht wahnsinnig. Ja. 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 Da ist die Musik ein. Und ich kann es mal nachher versuchen, den Vortex. Ich kann es auch mal anfangen... Ja, ja. Ich war wichtig. Ich wende mich auf nochmal eine Musik. den Hasen nicht mehr verwenden. Hm. Wow, der Schneeglobe hat in die pseudo-mystical-Energien des Mysteries-Vortex. Ich hatte gedacht, dass so etwas passieren würde. Okay. Es ist ein Schneeglobe, voll von pseudo-mystical-Energien. Yes, wir sind so gut. Das heißt, wir haben die letzten zwei Sachen offensichtlich. Let's feds! Gehen wir zurück. Hm, hm, du bist so lahm und weißt du das? Woher das kann ich noch langsamer? Ah, gut, das heißt... Hallo? Zum Tiki! Das wird mir die Flasche nicht vorher schon aufgefallen. Ist mir das später gekommen? Kann das sein? Nein! Da wollen wir. Ja, du weißt, du hättest auch so rumgehen können. Ich bin mir ziemlich sicher, wir hätten nicht oben rumgehen müssen. Okay. Machen wir zuerst den... ...Kürbis. Oh, was weiß ich noch mal was ist. Ich glaube, wir haben das Geheimnis von einem deiner Totem-Polle ausgedrückt. Halt mich! Du... ...ein Tanz. Hm, 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 hm. Die Kombination von Mensch und Natur. In VanEv. Ist es noch so rum? Ist es noch so rum? Nein, aber fast. Let's just tell. Ich glaube, ich habe einen der Totem-Polle ausgedrückt. Ich habe einen der Totem-Polle ausgedrückt. Lass mich mal sehen. Okay. Die Entschuldigung ist so... ...strange. Ein Handheld Vortex. Gute Gedanken. Den Gedanken hat nichts zu tun. Das sollte es tun. Ja, stimmt. Nichts passiert, Sam. Was ist die Geschichte, Pops? Oh, ich weiß nicht. Ich bin sicher, dass du die Geräte richtig hast, aber... ... natürlich. Wie schrecklich. Was? In order for the spell to work, ...we brauchen wir eine lebende Bigfoot-sacrifice. Ja, es wäre schade zu verlieren, ... zu verlieren, nicht wahr? Warte, ich habe eine Idee. Und es braucht nicht hohe Explosionen. Wir sind hier. Oh, da kommt er rein. Ich dachte, er hätte ihn zurückgebracht zum Zirkus. Okay. Ich dachte eigentlich, dass wir ihn zum Zirkus bringen. Oh, das ist natürlich auch nicht passiert. Ein Haufen Bigfoot sind da. Oh, den habe ich noch gar nicht gesehen. Den anderen auch nicht. Da gibt es ein paar, die ich noch nicht gesehen habe. Schaut interessant aus. Okay. 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 Es wird alles zugegeben. Okay. Okay. Ja. 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 Wir können Sachen abschießen. Schießt Sam auch? Max? Ja. Ja. Wirklich. Max schießt auch. Wir sind so brutal. Okay, ich glaub das war's. Meine lieben Freunde, ich hoffe es hat euch gefallen. Es hat ganze 14 Folgen gedauert, das heißt wir haben ca. 7 Stunden Spaß gehabt miteinander, mehr oder weniger. Man hat im Spiel angesehen, dass es schon etwas später ist. Aber wir haben es gemeinsam geschafft und ich habe nur 2 oder 3 mal im Hintergrund nachgeschaut, damit ich etwas schneller fertig werde. Okay, ich hoffe wir sehen uns bald wieder. Ab morgen werde ich möglicherweise wieder irgendein altes Spiel draus haben, oder ich möchte wieder ein kurzes Spiel spielen. Bis dann, ich grüße euch! 1 2 2 3